Musik Musik Der erste Abdruck war, dass ich zur Tür reinkomme mit meiner Frau und mein Sohn Jan ist gerade aus Amerika zurückbekommen am ersten Tag, wo sie sich getroffen haben, die Zwillinge am Bahnhof noch nicht wussten voneinander und ich habe mich schrecklich geärgert, weil es war so blöde, wie dieser Vater auftrat, sich nicht gefreut hat, dass ein Junge da war, obwohl sie natürlich immer im Streit waren, aber dann hat er gleich so plump reagiert, dass ich also wirklich ganz wütend nach oben gegangen bin und gesagt, ich kann diese Texte nicht reden, das geht nicht, das geht nicht und was weiß ich, das musst du aber, das musst du aber, nein, das geht nicht und ihr habt mir versprochen, man kann auch Texte ändern und so. Wie soll ich schon wieder in den Haaren? Wir fangen da an, ob wir aufgehört haben. Hast dich kein bisschen verändert, was? Naja, für mich auch. Wir dachten, du würdest erst zurückkommen, wenn du Millionär geworden bist. Vielleicht bin ich ja einer, wer weiß. Als wir das letzte Mal telefonierten, dann hast du nicht einmal genug Geld für die Rückreise. Naja, ich bin ja hier, oder? Vermutlich pleite. Oh, no. Ist doch immer dasselbe. Kein Verantwortungsgefühl. Keine Disziplin. Und dann würdest du den Blick wegnehmen und wieder hinnehmen. Dann steht er jetzt im Moment noch da, aber gleich würde er da nicht mehr stehen. Das musst du dir jetzt vorstellen. Ich werde dich vermissen. Ah, no. Ich bedanke mich natürlich sehr für die zahlreichen Freunde, die gekommen sind. Ich habe noch eine nicht durchgezählt. Und accord l'ordre pour le mérite. Verleihe ich Ihnen den Orden pour le mérite. Applaus 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 Wir standen gerade in der Kantine zusammen und du hast schon spekuliert, ist es vielleicht eine Reise und damit liegst du richtig. Das ist meine Sibylle. Die Sibylle hat mir Kassensturz gemacht, als wir beschlossen aufzuhören. Vorher nicht. Sie ist Schwäbe. Wir sehen uns beiden. Ein Kornikuchen, wo die Glasur leider ein bisschen daneben gegangen ist gerade. Konni, du alter, kleiner, süßer, wilder Fratz. Mein Gott, das ging aber schnell vorbei. Nur wir zwei sind kürzer dabei als du. Mit deiner Präsenz hast du wirklich verbotene Liebe geprägt. Und natürlich wollen wir dir zum Abschied singen. Mehr Videos finden Sie in dir, das Erste Mediathek. Sieg. Wie?